Hallo und willkommen zurück bei Conan Exiles. Wir stehen hier kurz vorm Dschungel und wollten unser Pferd zuhören. Jetzt rennt es natürlich, weil es ja Dschungel. Im Dschungel rennt es immer. Da rennt es und rennt es. So sind wir natürlich nicht gewohnt in unserer Wüstenbase. Unser Spätzl ist auch schon ganz los, aber das geht schon. So, jetzt kommt mir so ein Pferd irgendwo da unten. Halt die fest. Huch, das war knapp. So was kann tödlich enden. Wenn wir jetzt mal da hingehen. Mal schauen, ob wir da irgendwo so einen Gaul finden. Ist er da? Ja. Wie gesagt, ich warte immer noch auf einen Tischer. Einen Tischer. Den wollen wir uns jetzt aber nicht legen. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Wir haben noch nie gegen einen Tiger gekämpft. Was ich sagen will, wir warten immer noch auf einen Namensvorschlag. In der nächsten Aufnahme kriegt er einen einen. Also, schreibt einen Vorschlag in die Kommentare. Wenn wir ihn nennen. Der Beste Vorschlag gewinnt. Oder ich benenne noch einen von irgendjemanden, der kommentarisch schreibt. Hm. Pferde. Pferde. Das war irgendwo da. 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 Irgendwo da. Dann ein Hafer Ruminen. Wir schauen auch vielleicht Chambodrano vorbei. Wenn wir schon da sind. Aber auf jeden Fall schauen wir mal nicht an Tischer begegnen. Also muss ich es jetzt nicht haben. Und dann warfen wir uns lieber einmal. Das ist ein Korbpferd. Was du oder ein Pferd ist? Nein, nicht. Wir gehen wieder auf die Insel. Irgendwo da hätte ich... Ich meine, da sind welche. Mal schauen. Er schwimmt natürlich mit seiner Kunde in der Hand. Unter Wasser kann man natürlich auch gehen. Ich will ein Reittier. Dann kommen wir schneller von A nach B. Ist da drin ein Pferd? Nein, das schaut nicht nach Pferd aus. Ich will ein Reittier. Dann kommen wir schneller von A nach B. Oh, da hat was gemacht. Da ist ein Pony. Ein Pferd. Wir haben da eins. Haha. Das geben wir dir. So. Dann nehmen wir es nur eins mit. Nein. Dann haben wir das, was wir wollen. Ein Pferd. Da sind auf jeden Fall Ponys. Also wenn ihr ein Pferd willst, da auf der Insel. Da gibt es Pferde. Da ist jetzt unsere Bettrolle. Da ist der Ankerpunkt. Schwarze Pferd. Dann gehen wir glaube ich so zurück. Schauen wir uns das noch an. Das da, das da. Dann gehen wir wieder Richtung Heimat. Mit dem legen wir uns jetzt nieder. Da haben wir nichts davon. Ja. So, sagt der Du. Ich schwirmen keine. Das wäre so eine Statue. Was bist du? Bist du auch so ein Weltboss, oder? Ja, natürlich. Komm Junge, wir müssen hier weg. 10.000 Leben. Mit denen legen wir uns lieber noch nicht auf, da können wir später noch mal. Jetzt können wir uns ja schon mal merken, da ist ein Welthoss. Also da kommen wir später. Mit denen mag ich mich jetzt nicht aufnehmen. Du bist auch nicht so sauer. Oh nein, mein Jocki kämpft da um. Nein, jetzt verrückt der. Komm! Komm! Das ist fix. Komm aber da, lass den jetzt in Ruhe. Ja, komm jetzt. Komm, folge mir. Folge mir! Na, folgen! 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 Kim! Junge! Ja, er haut uns platte. Abbrechen! Gehen wir jetzt! Nein! Der macht uns fertig. Wir brauchen keinen Namen mehr für unseren. Der stirbt jetzt. Weil der da jetzt stehen bleibt, dieser Vogel. Wenn ich jetzt da stehen bleibe und den da unten lasse, macht er den dann fertig. Das war ja lustig. Aber der verrückt jetzt. Ja, er ist mir eben nicht gefolgt. Meine Fresse. Ja, war klar. Was bleibt denn dieser Vollhung, der da stehen und kämpft? Wir brauchen keinen Namen für den. Aber bis zum nächsten Mal mehr. Ich will da weiter. So schreibt es. Einen Namen rein. Ich habe eingestellt, da habe ich nichts verloren. Ja, 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 ja. Jetzt ist der tot, dieser Horst. Da hat das Pferd dabei. Was darf folgen? Na gut, er verteidigen. Ich habe gerne, der hat mich einmal getroffen oder was? Nein, da habe ich nicht getroffen. Ich bin dann gleich weggelaufen. Eigentlich hätte er nicht kämpfen dürfen. Eigentlich hätte er nicht kämpfen dürfen. Schauen wir mal, haben wir den so eine Klump beärgen können. Aber er hatte keine Flucht. Ich weiß nicht, ob der einfach nachgespawnt wäre, wenn wir weiter weggekommen wären. Auf jeden Fall saublöd. Saublöd. Da liegt denn der Honk? Ja. So, die liegen bei mir. Na, der ist schon despaunt. Das kann man aber weg da. Ist das da immer und ich da? Hallo? Hallo? Mir geht mein Kadaver. Ist jetzt das Lamperl weg und der andere liegt natürlich da nicht mehr rum? Nein. Nein. Natürlich nicht. Nein. Dann haben wir unser Neispferd. Fresse. Tepp. Da steht er gleich eins. Ja, so schnell man mit der weiter hat, so schnell ist er auch wieder weg. Zack. So. Das brauchen wir nicht. Das essen wir. Da trinken wir was. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. So. Jetzt gehen wir woher. Jetzt gehen wir woher. Jetzt gehen wir woher, gell? Und du? Zudem Kiminow. Da hast du den namenlosen Helden getötet. So, irgendwas kann man das natürlich nicht. Ist ja auch realistisch. jetzt ist der tot so wenn sie auf jeden Fall dann bis zur nächsten Folge so wenn sie ein neuer Mitarbeiter und der kriegt dann einfach den Namen was sie eigentlich schon habt da oder an der ja tot ist da muss ich mal vorbeischauen wie gesagt und hier passiert er noch nix na hiener oh nur hiener das hat's kein Problem haben wir noch genug Platz für nur ein Baby was liegt denn so ein Baby 50 Kilo kann ich nur 50 Kilo tragen das war interessant vielleicht haben wir noch jeden Baby so ausdauern gut wir haben ja schon fester Griff und so da braucht man nicht mehr so viel Ausdauer beim Kraxl da kann man schon ein bisschen heraufig rein jetzt wird der Ungl ja der nächste Weltbosch die oder? na 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 aber du scheint jemand daheim zu sein na nuker da na 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 wot wo na ja bla na 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 wot wo Kämpfer 3 wäre schon geil gewesen, verdammt, du hast nix, du hast nix. Ein Schluck aus der Pulle. Gibt es hier irgendwas, was man glauben kann? Nichts, da gibt es nichts. Aber da haben wir wieder einen Punkt auf der Karte, oder? Und der Schluck des Beobachters. Gut. Da wollten wir eigentlich Gummi, das wollten wir uns anschauen. Oder ein paar große Felsen außen und unten. Da sind wir noch die ohne. Ich mag doch gar nicht mit euch Kämpfer. Das kostet mir nur Zeit. Lauf Junge, lauf. Mal mit diesen Arschauen. Zack, hoch da. Jetzt sehen Sie es mir, weil es dunkel ist. Und dann... Na. Sog immer. Okay. Wir machen das. Dann gehen wir mit dem Reise. Und dann gehen wir mit den Reise. Und dann gehen wir mit den Reise. Ach, lass uns doch mal in Ruhe, hei Witzendofor Zeppier Ich kann bloß was Oh, schau Oh, hier ist ein Riesenlogger Hier ist ein Riesenlogger Ein ganz schön großes Larger Hier sind bestimmt viele tolle Mitarbeiter Na, jetzt kommen wir natürlich der wieder auf, oder? Na, gehen wir halt dann Jetzt gibt es Stufenaufstiege So Sollen wir da rein? Du weißt doch nicht Bring uns das was Wir können jetzt eh kaum mitnehmen Ah, du weißt ja, du weißt ja Den verschirrst du schon fleißig auf uns Aber du triffst nicht Ach, kommst du doch schon wieder her Warum greifst du eigentlich die denn noch? Was bist du? Ja Ja, auf Rallye Wow Von hinten Bogenschütze Schütze Zwei Kämpfer 1 Ja klar Zack Oder was ist da? Was ist das? Vielleicht in der Essenz? Gummiartige Substanz Wo ist der andere hingefallen? Hier Gewürz Was ist das? Nehmen wir auch nicht Zeigen wir uns aber erst einmal Gefähriges Pfloster da Na, was ist das? Kann auch was blündern Geht nicht Dann hacken wir es zusammen Kettin Kettin Ist gut Da gibt es ein gutes Schwiedl für Kettin Haus Kettin So muss ich sagen Ja, bist du? Kämpfer 3 Also da in der Gegend müssen wir den nächsten Mitarbeiter in Rekrutierung machen In der Shopcenter arbeiten die Qualifizierteren im Vergleich zu der, wo wir vorhin waren Holz braucht man nicht Gehen wir ans Meer an Eine Petrole Basteln Brauchen wir Äste Die schwarze Hand wohnt da Bist du so? Kämpfer 3 Oh Gott Ausweichen, ausweichen, ausweichen Oh, Chaos da Chaos da Chaos da Puh Das war einmal knapp Das waren meine Aloe Vera trinke War nicht knapp, das war gescheit knapp Das war einmal so richtig knapp Schauen wir, was ihr noch dabei habt Jetzt Was ist das? Gereinigtes Wasser Benutzen Benutzen Das nehmen wir mit Das kannst du gehalten Das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Das hauen wir uns rein Bist du überlastet Weil wir uns eh keine Rolle bauen können Trockenholz drauf Trockenholz drauf Jetzt auch nicht Gut Wo liegt der dritte Da liegt der Was hast du da? Stimmt keine Kugel Nehmen wir mit Wunderdieriges Ei Das essen wir Das war jetzt nicht so gut oder? Oh Oh Blast schon Ah, das ist wirklich Säger So much Ach, meine Das war jetzt ganz schnell vorbei mit dem kollegen Rinde brauchen wir auch nicht, die holen wir uns selber Eisenpfeile, Feuersteinpfeile brauchen wir auch nicht, die können wir auch selber bauen das ist eine mittlere und mir gibt es etwas, was man lernen kann, aber anscheinend da jetzt nicht, da gab es wieder mein Kettin, können wir das noch mitnehmen oder damit überlastet ein Wunsch gekriegt habe ich das nicht gekriegt, das Fleisch brauchen wir jetzt nicht Leder könnten wir uns aus dem Notfall auch noch wegwerfen So, wir sind jetzt hier, wo wir grob in die Richtung gehen, in die Richtung gehen wir jetzt Sch öppst absritt etwas hier Ich habe noch 30 bomben. Wir schauen uns doch mal. Da hinhängen Habe ich wieder nicht, da seid ihr gedrückt Oh, was ist das? Was knut mich da an? Na, ein Krokodil Das war ein Krokodil Lass mich lieber da waren bleiben Was bist du? Die Arena Oh, was ist das? Ah, das ist dieses Verdebnis Da geh mal lieber weg Weil ich nicht weiß, wenn man die wieder wegkriegt Da bin ich noch nicht Da bin ich noch nicht so im Spiel drin, wenn das funktioniert Da war irgendwo noch ein Böhle Jetzt wird es schon wieder Ah, du schon wieder Oh... Da bin ich noch nie Da bin ich noch mal Das ist eine Kultlüte So Aha Aha Böndl, haben wir wieder runtergeschmissen worden, die Typen. Jetzt gerade diese grüne Scheiße auf die Milch geschmissen. Ich glaube, das ist schon eine Spinn. Ach, das mit der Austausch haben müssen wir noch in den Griff kriegen. Schauen wir jetzt gleich mal in die Ausdauer. Ausweichmann überagieren. Bernavold ist direkt eine Auswirkung auf Rüstung und Stehvermögen. Die maximale Ausdauerwerte, ja genau, da müssen wir reinvestieren. Alles was wir haben, ist eine Ausdauer. So. Jetzt sind wir gleich daheim. Nein, wo geht's nicht? Ja klar. Vergift hast du mich auch noch, du Trattler. Sag das. Viecherzeug läuft immer noch, Viecherzeug. So. Jetzt sind wir wieder daheim. Also nicht, aber gleich. Die Folge ist jetzt eh ein bisschen länger. Also gibt es noch Namensvorschläge. Ich besorge uns bis nächstes Mal. Ein neuer Mitarbeiter. Ich hoffe, ein qualifiziert Hochwertigen. Der letzte war jetzt auch schon nicht schlecht, aber der war zu, wie soll ich ihn sagen, zu enthusiastisch. Man muss wissen, warum man nicht kämpfen muss, sondern laufen muss. Okay, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, Servus.